Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hofbathische. Ja, das ist soweit, ne? Hofbathische ist anstößt. Wir müssen mal unsere Viecher versorgen. Passiert mir andauernd in letzter Zeit, ne? Ich denke, ich hab abgehangen. Ja, guck, ich hatte abgehangen. Hängt direkt wieder an, ne? Und ich wundere mir immer, warum das dann nicht geht, ne? Richtig Premium. So, das Ding eben hintergebunden. Den Ballen Spieß dran gemacht, ne? Wenn wir den da dran bekommen. Ist da eigentlich gerade zu kloppen? Als nächstes mal Stroh und Stahl. Stroh und Stahl! Das haben die nämlich bitte nötig. Oh, oh, oh. Und die Vorheuung klappt, ne? Und das klappt schon mal. Premium. Mhm. Das klappt nicht so Premium. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Hast du gehört, oder was? Das geht ja schon wieder gut los am frühen Morgen, ne? Crazy, ey. Entschuldigung. Oh, Mann, du. Da, da haben wir es schon mal wieder vor. Ja, direkt in Stroh geflätzt. Hast du gesehen? Dann fackelt die ja gar nicht lange rum, ne? Direkt drin gelegt. Er hat die Strohballe nur gesehen und zack, drinne Worse. Ja, irgendwie so rumgeschießt, ne? Dann ist er ja wieder weg. Läuft. Richtig Premium. Ja. Ja. Vorwärtspunkt hätten wir ganz gerne. Boah, jetzt ist die ja auch noch festgebrackelt, ne? Es läuft heute Morgen. Echt Premium. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Was ist denn hier, hier los? Ja, 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 ja. Sag mal, willst du mich jetzt vollends verkuckeln? Nee, nee, nee. Wenn nicht läuft, dann läuft nicht, ne? Moment mal an. Wir brauchen noch ein Bild, ne? Druck. So, jetzt aber. Mann, 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 ey. Nee. Einfach noch zu früh. Viel zu früh, viel zu früh. Viel zu früh. Also gehen eben in den Mischwogen, ne? Nee. Damit die sich auflöst. Halt, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. So. Für die Realismus-Fanautica. Räumen wir die Folie eben hier an der Seite. So. Dann gehen wir langsam zum Schlepper zurück. Steigen wieder ein. Mock de dörthau. Und fahren weiter. So ein Gehampel, ne? Da hätte ich ja gar keine Lust drauf, jeden Tag. Das ist ein Spiel. Und nicht Hampel-Simulator. Ne, ne? Ne, ne? Ne, ne? Wenn läuft, dann läuft. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Was mir letztes Mal schon passiert, dass ich den da drüber geschmissen habe, ne? Hier in Hampel-Simulator. Jetzt aber. Auf, auf ein neues. Also, langsam gebe ich auf, ne? Ne, ne, ne. Ne, ne. Das könnte es doch nicht sein. Zu dörsig zum Füttern, oder was? Alter, nein, du. Oh, jetzt komme ich. Ich sehe es immer wieder. Ich muss mein Mauspad festnageln, ne? Ich mache es aber nie, ne? Also, du könntest eben hier worten. Ich mache es immer wieder. So. Auf wie zu frohen Torten, ne? Ich mache es immer wieder. La, 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 la. Wir können, oh, nein, das ist mir so schickig, fein. We Wir haben gar nicht so viel Heu, wie ich dachte, ne? Schicker Raum. sehe ich meine ganzen Pläne durcheinander. Ich glaube, wir müssen da auf jeden Fall nochmal irgendwie ins Vollbusiness einsteigen. Zwei, ne? Sind 1200. Hast du Bock mitzukommen? Junge. Drei. Sind 1800. Die haben Hunger, ne? Hörst du direkt, ne? Vier. Sind 24. Lalalalalala. Lalalala. Fünf. Sind Roy. Eino. Und dann ist Schluss. Müssen wir dann in den Stall rein. Perfekto. Perfekto, wa? Fast Perfekto. Boah, ich sehe immer so viel, ne? Wie ne Stirme. Ja, ich komme jetzt schon. Ich bin zwar ein bisschen langsam gefahren, aber muss ja auch mal langsam fahren, heute zu Tage in den Stall, ne? Ja, da haben wir es schon mal geschafft, ne? Das ist ja Premium. Das läuft bei euch, weh? Oh, guck mal, guck mal. Sollten wir da eben auch was rüberfahren, weh? Weil eigentlich brauchen wir den Linden. Ach so, liebe Barbara, ne? Was ist denn die Dingkrohr dran? Ich habe die nur mit reingenommen, ne? Ich weiß gar nicht, wo sind die drunter? Äh, äh, äh. Diverses, ne? Ich habe ihn mit reingenommen, siehste? Ich habe jetzt Beute drinnen. Aussetzen müssten auch drinnen sollen, ne? Ich habe es, ich habe dran gedacht, siehste? Sveni hat dran gedacht. Cool, ne? Cool. Nein. Die Sveni hat dran gedacht. Selten, aber wo. Nur, dass du es gesehen hast, ne? Habe ich direkt mit reingenommen, aber noch nicht. So, äh, verbaut, äh, benutzt. Wie auch immer. Dies läuft heute echt premium, ne? Mit diesem Tag, da sollte man gar nicht jetzt spielen. Heider nein. So, hier eben rum, ne? Ob zu den Pullovers. Na? Wie ist die Locke? Kohldampf? Anscheinend ja, ne? Jedenfalls steht sie auf. Das war's schon? Okay. Ich brauche doch den Wagen. Hier habe ich gerade gesagt, ne? Bleiben wir eben hier stehen. Das haben wir. Und das lief ja schon mal premium, ne? Wir könnten mal eben den noch benutzen. Den benutzen. Oder so hinten so ein bisschen aufholen, ne? Das wäre ja auch nicht so uncool, ne? Wie geht ihr hier mit? Upsi, Pupsi. Gar nicht gut. Hoffentlich hat der Lars dann nicht gesehen. Nicht, dass er sagt, ich fahre bei seinen Schlepper die Tür ab. Ach ja, so ist es halt im Leben, ne? Irgendwas ist immer, ne? Das kannst du wohl sorgen, ne? Das Grasmehl, wir brauchen Stoff für die BGA. Aber ich glaube, da werden wir uns einen Spann mieten. Und wie brauchen wir so einen kleinen Hubschlepper, weißt du? Wo du mal mit vernünftig irgendwo reinfahren kannst. Das ist ein bisschen der Nachteil hier, ne? Wie ist mir das Zeug hier wegholen? Das wird schon mal premium, ne? Aber liebe Leute, ich sage erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin mir ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.